Hey, sub, what's up und willkommen zu einer neuen Folge Rainbow mit den Typen. Sind wir mit dem App hier? Nein, ich gehe. Bitte! Was? Was geht ab? Zieh, zieh, hilf! Bitte, bitte, hu! Atmen, hu! Was geht ab? Sie kommen mal ganz kurz mit in den anderen Channel, bitte. Ich verstehe gar nicht, was abgeht. Was ist denn passiert? Da habe ich irgendwas verpasst. Hä, warum sind wir jetzt hier unten? Was? Hä, warum sind die da oben? Hier oben. Hä? Hä? Das Spiel ist endlich gestartet. So-Nur-Beit-Ger. Wer? Es wird also geliebt. Wieses nur warm! T placed. Kuo! Chad hilft dir! Wer? Dieses Spiel ist einfach nur der Best. Nee, mal. Ist das Spiel endlich gestartet? Hallo Luiz. Wollte drei gegen drei spielen? Aber noch da war ich. verpiss dich. Nein, ich komm doch schon längstens. Ja, dann dehnste dir am besten, wenn ich das andere spiele. Ja, dehnste dir Fortnite. Fortnite ist scheiße. Warte, 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 darf ich eine Sache machen, bitte, bitte! Bennett! Bennett? Ja? Fortnite ist eine zwölfjährige Kinder, die sich kein PUBG leisten können. Bennett, darf ich eine Sache machen und du sagst, du kickst mich nicht dafür. Es ist nichts Schlimmes. Nein, 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 bitte, 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 bitte. Warte ich. Was? Was ist los? Worauf warte ich jetzt hier? Hallo, seid ihr noch da? MrWinShit, fünf Abundeten Island. Hallo. Freddy, atmen. Hallo? Schick meinen Link ab. What you gonna do? What you gonna do? What you gonna do? What you gonna do? Okay, jetzt das Match endlich starten. Die Aufnahme läuft schon die ganze Zeit. Aber nicht mit Stimme, oder? Was stimmt mit Stimme? Natürlich alles. Willkommen! Ja, das hört sich krass an. Okay, wir müssen aber alle von dem Video runterkommen. Wir müssen uns mental darauf vorbereiten. Ich will das in deinem Video... Schick meinen... Tizi, mach mit. Tizi, mach mit. Ich muss... Warte. Ich... Ich... Schick mal einen Link zu deinem Kanal, bitte. Mach ich später. Ich nehm grad auf, man. Ja. Ja und? Digga... Hä? Aber du weißt schon, wie man schneidet, oder? Ja, hab bloß keinen Bock drauf, bis es mir so anstrengt. Kann ich meinen Kopf gehen nehmen? Ich will nicht mehr! Ich will nicht schneiden! Ich schneid auch nicht. Tut mir leid. Ich hab gleich einen, ähm... Spiegelt sich das im Content wieder? Hup! Weißt du ja nicht schneiden? Logischerweise, ich schneid ja meinen Content nicht. Also Freddy, bitte kurz. Können wir jetzt endlich das Spiel starten? Die ziehen den an. Ich muss... Ich bin hier halt in Rambo drin. Ja, dann... Ich spiel mit Bennett. Find ich jetzt beleidigend. Nimmst du auf, mach mal ne Anmoderation. Den musst du dann halt auch schneiden. Also muss... Finde ich witzig. Warum lacht ihr? Ja... Alter, war... Ich hab auch nichts kapiert. Ist BMW wieder Leertaste? Achso. Ich muss euch ein Video schicken. Dieses Geil hat alles andere aus eurem Leben, Alter. Räna... Hey! I... R... I... R... I... Iratzu... 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 Ich bin vielleicht alleine gegen uns ähm... drei spielen, zwei Stellen. Okay, mal probieren. Was könnte ich, wenn ich gewinne? Ey, ihr könnt ja beide mal stehen bleiben und nur mich spielen lassen. Warte, dann will ich mitspielen, dann will ich mich ständig noch angucken mit. Warten mal kurz. Ne, warte kurz, ich geh auch noch mitgucken. Weil ich bin Level 2 zu empführen. Dann warte mal, Fredi, warte mal ein bisschen kurz, okay? Ja, ich lade dich an. Weil ich bin einfach grottenschlecht und ich hab irgendwie so, ich hab zwei Operator insgesamt. Einen für Angriff, einen für Förderleger. Wollen wir noch mal zugucken, wa? Gegen wen kämpfe ich jetzt? Gegen wen kämpfe ich jetzt? Freddy, Freddy, Luis, guck dir das Video an. Guck dir, wie ich was geschickt habe. Ja, ich hab ne Sekunde gesehen, ich hab jetzt schon keine Worte mehr. Nein, du musst warten, bis die singen, Alter, das fackt mich ab. Ja, hab ich ja schon, ich hab vorgespürt. Hey, my name, Katrina, and my name is huge. Was? Ja, er muss DJ sein. Mom, Ben, kannst du uns ändern? Können wir jetzt anfangen? Warte. Ja, das muss, das muss, das muss, das muss Bandit machen. Oder sagst du mal. Du musst, glaube ich, es tun. Über DJ einstellt. Warte mal kurz. Nee, ich warte noch auf. Danke. Ich nehm Freddy's an, weil Freddy ja lustig ist. Weil ich mit ihm eine Runde gespielt habe, die echt lustig war. Was? Ist das eigentlich nicht normal, mit sechs Operators zu starten? Warte. Wer ist das, ist das? Ich spiel mit fünf Operatoren, also weiß ich nicht. Bitte hör auf. Alter, dieses Video, was du davor geschickt hast, dieser Tanz. Hey, my name, Katrina, and my name is huge. I'm Sarah, and I join to you. Ja, okay. Es bringt mich um. Es bringt euch um, Alter. Es bringt euch um, Alter. Ist das schon raus? Mr. Vintage, Steuer und Ziel. Mit der, warte, warte, warte. Was schon? Ja, damit ich deinen Namen mal kurz gucken kann. I'm John, I'm Aaron, and I'm John, to you. Aber du bist nicht der mit 2.000 Abonnenten, oder? Nein, das finde ich nicht. Nein, das finde ich nur ein schwarzes Kind ist. Ah, mit einem Video. Schickt mal Kanal. Schickt mal dieses Kanal-Ding. Ich muss... Alter. Ja, ja. Vier weiße Kinder drin sind und mittendrin schwarze und pinken Hosen. Frag mich. So einen, der immer cute scheißt. Nein, der Improfibild. Äh, wartet, ich guck kurz... Der Kanal. Ach doch, ich weiß jetzt wo. Nee, doch nicht. Du bist, ähm... Hi, mein Name ist Katrina. So, jetzt können wir anfangen, anfangen. Bitte. Hi, mein Name ist Katrina. Ah, ich weiß, glaube ich. Fertig vergangen, fertig vergangen. Was für Teufel! Muss ich das jetzt raussteigen, weil da ein Dilde... Warte mal, das ist scheiße. Scheiße, falscher Link. Das? Nein, nein, das ist der falsche Link. Das wäre cool, der Kanal. Okay. Das ist meiner... Ach ja, ich hab ja gar kein Gläs. Schau doch. Oh, vermalte da jetzt. Oh, gut. Oh, das sind 17 Abonnenten. Ich hab sie vermalst. Luis, würdige das bitte. Bitte würdige das. Würdige bitte den Erfolg. Ja, klar. Komm. Ach, ich bin ja ganz alleine. Halt die Fresse, Luis. Halt die Fresse! Halt die Fresse! Halt die Fresse! komische Balken im... Was? Mann, der würde das episch machen wie bei so einem Kinofilm. Richtig. Hä? Scheiße. Ich führ den Weg nicht. Leckwasch an der Seite und das ist viel zu breit. Oh oh. Kapkan. Ja, ja. Kapkan. Ja, meine Güte. Pisst euch doch. Drohnen Schwarm. Ich dachte nur, ich darf sagen. Egal, nö. Wir alle fahren oder es können. Halt, der Wolf, Freddy. Geht weg. Stell dich wieder an. Verpisst euch. Verpisst euch. Verpisst euch. Verpisst euch bei überall im Haus, dass ich überall ein paar Kameras habe. Hab ich. Hab ich gemacht. So. Mein Schildkopf. Feindliche Drohne geht zum Scannen in Position. Hey, was soll die Scheiße? Es muss ja fair sein. Oh. Alter, wir müssen dich getötet haben. Nein. Helf ihm mal bitte hoch. Dann hat er 50 Tafé. Ja, dann schieß mich nicht ab. Und dann ist es fair. Ja. Ewin hoch, ewin hoch bitte. Und jetzt ist es fair, wenn. Timer wird gestartet. Verpisst euch einfach. Ich will euch die Schildkampf haben. Ich habe keinen Sinn. Leute, das ist unfair. Hör mal auf. Quevera, geh mal weg. Ich töte ihn nicht. Ich töte ihn nicht. Ich geselle mich nur zu ihm. Nein. Hör mal auf. Meine Bomben zu triggern. Mann. Das ist unfair. Ja, Punkte. Ich töte dich nicht. Na und du hast meine Bomben alle getriggert. Was ist denn die Scheiße? Er hat alle meine Bomben zerstört. Alter, jetzt schmeißt deine Füße. Mann, du Wichser. Bredet sauf, Digga. Bredet sauf, Digga. Fick dich! Bredet sauf, Digga. Bredet sauf, Digga. Bredet sauf, Digga. Wichser. Alter, mal ganz herrlich. Leute. Voll unfair. Das ist so. Das ist so. Das ist so. Schwanz. Ja und wir sind... Jetzt, jetzt, komm... Jetzt greif ich an und die macht über Barrikadenhörn fallen. Leute, darf ich jetzt mal alleine... Das ist richtig fisch. Ich bin nur Level 2, Mann. Deswegen hab ich ja auch nur mit meinen Sachen gekämpft. Ja. Ich hatte. Da hast du smoke in mich gewonnen, dass alle meine Bomben getriggert und hab dich dann mit der Armkuss abgeschossen. Ey, Luis. Zucker, Flias. Hä? Ich hab... Weißt du was? Wir machen das so. Begebt euch alle nach draußen ins Feld. Ja, und doch nicht selber bei deinem Feld. Geht. Der muss jetzt lokalisiert werden. Ah! Ey, Freddy. Du hast das schon ges... Zweite Mal, dass du mich unten drinst. Ah! Das war Freddy. Du bist so. Nö! 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 Krass, so'n F**k, mach dir da! Nö! Sex! Bleib den! Pumte! 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 Hallo! Das steht falsch, stell es mal hinter das Schild. Der Preis ist auch hinter das Schild. Nee, steht richtig scheiße. Könnt ihr euch alle mal verpissen gehen? Nein, lass ihn doch mal. Ich fang würd, das um euch alle zu sehen. Und dann greift ihr mich an. Da wo du nicht bist. Nein. Dann lass ihn doch mal. Da oben, lass ihn mal, lass ihn mal, ich fühl, dass er da durchrückt. Ha, what the fucker. Wow, wow, wie dumm bist du. F***er. Man, so unfair. Ey, das war aber ich. Ja, okay. Hä? Du bist gar kein Kapkan. Mann, das ist schon unfair. Das ist unfair. Ja, ja. Das müssen wir machen, wenn wir zu zweit in einer Party sind. Was? F***er? Ja. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Und diesmal kommt keiner zu mir oder triggert meine Fallen. Nein, das ist Quickscope. Bleibt mal bitte alle draußen stehen. Keine nicht mehr. Diesmal kommt, diesmal geht Freddy von keiner geht vor. Nein, sonst ist das richtig unfair. Ich weiß nicht, Bro. Es ist Quickscope immer ein bisschen, okay? In den Quickscope, Digga. Ja. Ja. Das ist für mich, dass du dich einfach verpissen gehst. PUNKTE! Da haben wir PUNKTE! Verpiss dich! Echt ne dritte A. Ja! Verpiss dich doch mal. PUNKTE! Armee! PUNKTE! Geht weg! Lass mich in Ruhe! 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 Richtig mit Drohnen Armee! Ich habe mal meine Güte. Hör! Wir drohen gehen mich rumpfogen! Ja, wir machen ein bisschen Schaden! Willst du Puppen? Ja, kann man. Ist dein Ernst? Ja, weil du gläst das. Hä? Was für unfair! Oh, ja. Oh, Digga. Aua. Hätte ich nicht, ich hätte ihn nur gequickst. Aua, Alter. Nur, ich bin irgendwie gefitzt, weil ich den Weg nicht in meine Kabine konntest. Als wenn ich dich töten würde. Bennett, komm, wir müssen eingreifen. Ja, ich bin blind und weiß nicht wohin. Link ist ja perfekt. Bennett, guck mal den Computer kurz an. Bitte, mach ein Foto. So, ein Foto. Sie! Lauf mal, lauf mal, lauf mal. Achtung, rechts in den Raum. Was war denn das? Du Wichser, Bennett. Hä? Danke, Bennett. Aber ich hab dich eliminiert. Ah, Freddy. Wie du mir in den Schritt geschossen hast. Diese Schweine schießen mir einfach in den Schritt. Problem damit. Oh, das ist ja kostenlos. Was ist denn Fick? Wer hat das gerade eben gesagt? Luis, warst du da? Glückliche Siebtur. Alter. Unser Combo ist echt gut. Uh, klar. Du spielst Rook. Was, das ist unfair. Da gibt's wieder noch extra Rüstung. wieder lokalisieren. Muuaan! WICHTERMIC Dum Finish hier. 堂. Der ist falsch auf, Freddy. Hallo. Hey, von mir. Ja, okay. Gekickt? Nee. Was? Das war nicht fast. Dass das jetzt nur fair ist, okay? Das war jetzt nur als Fairness. Wo ist denn Titi hin? Ja, ich hab ihn gekickt. Hallo. Wir hatten alle sterben, Alter. Guck mal. Wo ist jetzt Trenny? Keine Ahnung, weg. Wir haben echt was im Leben, merke ich. Hi Trenny. 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 Morgen, erst mal ich für eine Maffe. Ja. Bitte, was die Miano war. Kann ich echt... Kann ich hart die... Warum ist der Blitz jetzt? Nein, warum sollst du das denn? Weil man es da oben sieht. Ich hab dich auch eh schon gespottet. Außerdem wird es oben noch mal angezeigt, dass du es so bist. Also ich wusste es auch. Warum bin ich vorletzter? Seine Kacke. Warum bin ich jetzt? Hm, warum so? Scheiße. Luis. Ihr habt den Bio-Gefahrgutbehälter gefunden. Weiter zu seiner Position. Tot. Ich weiß nicht, dass ich noch im Raum drinne er kann. Bei einem normalen Gegner will man jetzt vorschein. Da ist er! Der Bahnhof. Der hinten, 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 links, hinten, links. Da, ja, genau da. Nein, der ist noch immer hinten. Mit Sicherung des Behälters fortfahren, sobald die Bedrohung... Den Behälter sichern. Hallo! Mit Sicherung des Behälters fortfahren, sobald die Bedrohung läuft... Egal, die Doppel! Nein! Einer Druck getötet. Wurdest du nicht geflasht? Aua! Meine Beine! Erst noch eine Runde. Nein! Tanzverbot TC hat angekündigt. Neues Video in der Tanzverbot Gruppe. Aber ich hab dich wenigstens einmal gekillt. Warum hat er... Warum hat er, der nicht schießt, noch die meisten Punkte? Weil er abgel... Weil ich auch die meisten Geld hab. Und Freddy, der letzter ist. Okay, haut rein bis morgen. Viel Spaß noch. Kennen wir jetzt mal ein normales Fisch-Fisch? Und Freddy. Freddy. Ich denk mal, das war's dann mit dieser einen Episode. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht.